Jo Leute, was geht in diesem Video? Ich zeige euch mal einen Launch-Clitch Afterpatch 1.30 Der befindet sich genau hier an dieser Location Dann geht die hier hin Nimmt irgendein Auto Mit Motorrad geht es nicht, ich habe es gerade versucht Und dann fährt die einfach so einen Zaun kaputt Und dann geht ihr in Passiv-Modus Und euer Freund tut Haftbomben drauf Immer tut mal Haftbomben hier auf das Glaube, da wo ich draufstehe Auf diesen Zaun Richtig viele, also 5 Stück maximal Weil ein Player kann nur Also desto mehr Haftbomben, desto höher fliegt ihr Aber nicht an einer Stelle Okay, lasse ich sprengen Manchmal fliegt ihr hoch, manchmal fliegt ihr nicht hoch Ist so eine Glückssache Also nicht so eine Glückssache Einfach, man muss einfach nur viele Haftbomben haben Ist ein bisschen funny Aber jetzt versuchen wir das hier eh mal wieder Noch einmal Man fliegt halt nicht so hoch, aber ist okay Okay Ja, wenn du kannst auf das Blaue, ja das spreng Juhu Hast keiner von mehr Okay Okay Leute Also das war eigentlich der Launch Für sich mehr habe ich nichts zu sagen Leute, dann würde ich mal sagen Haut rein Wir sehen uns beim nächsten Video Dann würde ich mal sagen Tschau Tschau Bis zum nächsten Mal.